Lionel Messi, meine lieben Freunde, und Barcelona, was haben wir darüber alles schon geredet in diesem Sommer? Und wer jetzt dachte, okay, Messi bleibt da, macht jetzt ein schönes letztes Jahr gemeinsam, Happy End. Ja, so ganz kam es nicht dazu, denn Messi hat schon wieder ausgeteilt in Richtung der Barca-Bosse. Und Anlass dafür war sein guter Kumpel, sein bester Freund bei Barcelona, Suarez, der unter Tränen Barca verlassen hatte, verlassen musste, zu Atletico wechselte, obwohl er gerne da geblieben wäre. Und Messi schreibt folgendes auf Instagram. Ich hatte schon eine Idee, aber heute ging ich in die Kabine und da fiel der Groschen. Wie schwierig es sein wird, den Alltag nicht weiterhin mit dir zu teilen, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Wir werden dich sehr vermissen. Es wäre doch seltsam sein, gegen ihn zu spielen und ihn in einem anderen Trikot zu sehen, sagte er. Er hat weiter gesagt, du hättest es verdient, als das verabschiedet zu werden, was du bist. Er ist einer der wichtigsten Spieler in der Geschichte des Klubs, der sowohl in der Mannschaft als auch als Spieler wichtige Dinge erreicht hat. Und nicht so rausbefördert zu werden, wie sie es getan haben. Aber die Wahrheit ist, dass mich an diesem Punkt gar nichts mehr überrascht. Wow, Freunde, wow, 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 was Messi da rausfeuert, ihn überrascht gar nichts mehr bei Barca. Was ist los aus Messi und Barcelona? Einst die Traumehe. Hätte man mir das vor drei Jahren erzählt, dass es mit Messi und Barca so auseinander geht, ich hätte das einfach nicht geglaubt. Auch mit Suarez. Ich sage es immer wieder, ich finde das so schade, wenn Legenden in einem Verein so schlecht und irgendwie so halb durch die Hintertür verabschiedet werden. Selbst wenn es noch eine Pressekonferenz oder sonst was gibt. Auch mit Casillas bei Real war das eine Farce. Mit Ronaldo bei Real war es eine Farce. Gut, er wollte es auch selber nicht so. Das kann man vielleicht noch irgendwie verstehen. Aber auch jetzt, wie solche großen Vereine, gerade in Spanien, umgehen mit ihren großen Spielern. Das geht einfach nicht und das ist eine Schande. Und da muss man wirklich jetzt mal an dieser Stelle, und ihr wisst das, ich bin absolut kein Bayern-Sympathisant, aber da muss man wirklich mal die Mir-is-a-Mir-Mentalität nehmen, die oft sehr positiv ist. Ein Robben, ein Ribéry, alles gern gesehene Leute noch. Funktioniert. Geht doch auch. Warum nicht so, Leute? Warum nicht so? So erst so dringend irgendwie abzugeben, habe ich auch keine Notwendigkeit gesehen. Aber gut, aber gut, Freunde, andere Kiste. Eure Meinung, die Kommentare? Klickt in die Mitte. Da kommt ihr zum Talk über das gestrige Spiel. Der Supercup, der internationale Bayern gegen Sevilla. Unsere Meinung, klickt in die Mitte, göttet euch das nochmal. Wir sehen uns später wieder und denkt, haltet den Ball richtig flach.